Moin, der Bitcoin-Beobachter ist wieder da, heute mit einem Minus von 3%. Aber im Großen und Ganzen ist das gar nicht mal so schlimm. Wenn man mal hier guckt auf diese Kurve, da haben wir nämlich jetzt seit, hier war Februar. Seit Februar also bis Anfang März geht es tendenziell nach oben. Vielleicht geht es also noch weiter demnächst. Könnte durchaus passieren. Allerdings haben wir noch nicht so ganz das Neujahr, das war im Dezember. Hier war Jahreswechsel, hat man hier auch fast erreicht vor einigen Tagen. Also da ist durchaus Potenzial vorhanden. Aber wo sich das Ganze letzten Endes in den nächsten Tagen und Wochen entwickeln wird, das weiß man normalerweise immer erst hinterher. Der Rest ist Spekulation. Meine Spekulation ist, es wird wohl wieder langsam aufwärts gehen. Aber ich weiß es halt natürlich nicht. Aktuell steht der Preis bei 44.253 Dollar. Das sind in Euro 40.130. Ja, wie gesagt, auf den Tag 3% Minus. Auf die Woche haben wir 4,4% Minus. Aber auf den Monat immer noch 18% im Plus. Ja, was gibt es Neues? Aus Germany gibt es tatsächlich mal positive Bitcoin News. Das ist wirklich sehr, sehr selten. Es gibt eine Bank und nämlich die Volksbank Raiffeisenbank, die nun ab sofort Bitcoin-Handel ermöglicht. Und zwar wird es mit einer in Stuttgart ansässigen Börse, ich weiß nicht wie, oder wie heißt sie, die Börse Stuttgart Digital Exchange, BSDEX nennen die sich. Natürlich, mit denen kooperiert hier die Raiffeisenbank. Und aktuell steht dieses Angebot nur gehobenen Privatkunden zur Verfügung, soll aber bald für alle Privatkunden verfügbar sein. Da kann man mal gespannt sein, ob es da andere Banken gibt, die da in Zukunft ähnliche Angebote machen. Das ist doch mal sehr positiv für Deutschland, für den Bitcoin. Weniger Positives gibt es aus Indien zu berichten. Dort sind nämlich jetzt die neuen Steuern in Kraft getreten. Und zwar gibt es nun in Indien eine Kapitalertragssteuer in Höhe von 30% auf Bitcoin und andere Kryptos. Und das ist ein bisschen heftig viel und hat dazu geführt, dass, wo haben wir es hier stehen, das tägliche Handelsvolumen in Indien ist um mehr als 50% eingebrochen. Und vermutlich wird es in den kommenden Tagen noch weiter passieren, dass da noch weniger Handel getrieben wird. Auf der anderen Seite wird sich das vielleicht auch wieder normalisieren. Man muss bedenken, hier in Deutschland haben wir ja auch auf Investmentkapital eine Steuer von 25%, soweit ich informiert bin. Da ist 30% gar nicht mal so sehr viel mehr. Das ist für etwas, wo man sich in Indien erst noch gewöhnen muss. Aber es trifft die Leute erstmal hart, wenn es von 0 auf 100 losgeht. Außerdem soll im nächsten Monat eine weitere Quellsteuer in Indien in Kraft treten. Die Anleger dazu verpflichtet, 1% auf jede Kryptotransaktion an den Staat abzuführen. Ja, das könnte natürlich bei einigen Leuten zu Liquiditätsproblemen führen. Aber gut, auch da, wenn man dieses weiß, man kann sich auf alles vorbereiten, trifft aber natürlich Indien erstmal hart. Und könnte da natürlich Indien und überhaupt Asien auch eine Bitcoin-Hochburg ist, könnte sich das tatsächlich vorübergehend auf den Bitcoin-Preis auswirken. Vielleicht deshalb der aktuelle Rückgang von jetzt 3% seit gestern. Aber wie es weitergeht, ja. Wie gesagt, das muss man weiter beobachten. Ich werde das tun und weitere Videos darüber machen. Und ja, einen schönen Abend wünsche ich dann auf Wiedersehen. Bis zu meinem nächsten Video.